Eigentlich nur, wenn du wirklich so ein Kaffee hast, dann nicht schießen. Aber du bist wirklich so ein Kaffee, das ist irgendwie so ein Kaffee. Ja, ich war schon ein Kaffee. Nicht so, oh mein Gott, nee, nur noch ein Kaffee. Ja, nee, war ja noch ein Kaffee. Das ist nicht so ein Kaffee. Das ist nicht so ein Kaffee. War ja, communion. Tor ist nicht so ein Kaffee. Zum Ein quotes vom Deutschlandkampf. Untertitelung des ZDF, 2020